So, hoffen wir mal, dass der Dark Harvest-Deep noch funktioniert. Joah. Das habe ich schon gesehen. Das Problem ist, wir haben keinen... Also der Jacks wird wahrscheinlich nicht so tanky gehen, dass er tanky genug ist, um die komplette Frontline zu bilden. Während die halt einen Urgott und einen Thresh haben. Wenn wir hier verlieren, das Early-Game, ist das halt schon verloren. Das verstehe ich, nimmt mir einer. Boah, Vayne. Nice. Nein, Vayne. Was geht ihr rein, Feeden? Weil sie denkt, ich habe einen Kill und kann jetzt alles, ja? Sie geht halt gegen einen Thresh offensiv rein. Ja, gehst du dann halt bitte mal, wenn du gerade dort stehst. Weil die Fristana pusht das nämlich einfach rein, wenn die Vayne nicht da ist. Die hat schon einen halben Farm nur. Oh Gott. Boah, das... Ja, ich halte es dir. Stun sie doch. Stun sie doch viel Ehe in die Wand. Ach. Tja, sie sind sowohl da. Kann ich dir nicht mehr helfen, Vayne. Good job now. Das war doch mal eine gute Aktion. Was? Wenn die Vayne jetzt nicht back geht, steht die Karte auf der Lane. Die Karte steht trotzdem auf der Lane. Und lasst doch die Vayne farm. Die ist so weit behind, die kann nichts anderes tun, außer nochmal im Jungle ein bisschen zu farmen. Und sie ist trotzdem. Alter, den... Sag ja, die Vayne ist immer ein Stück zu früh drin. Für Assistance. Immer ein Stück früh. Ja. Kann ich auch. Na, Cutter? Aber verteidigt einfach nicht fighten, einfach verteidigen bitte. Wir machen hier gerade Dragon. Das hat irgendwie ne Close aus. Gut, dass du ein Speysheet hast. Komm von hinten. Wo hast du dich drehen? Dann gibt es eigentlich zwei Smilies. Du kriegst erst zwei Smilies, wenn du ein Partnerprogramm bist, Lumi. Sonst hast du nur die Smilies für jede... Also, finde ich, dass du nur Smilies für jede Stufe ein. Oder hast du keine mehreren Smilies? Da muss ich mal kurz mit... ...mitmachen. Sonst hätte der die... Der hätte die noch gefressen. Guck mir mal, die... Die Quinn hatte gerade nur noch irgendwie 200 HP. Ja. Boah. Wir müssen halt eigentlich die Top-Land verteidigen. Ja. Wir haben gerade halt den Drachen gemacht. Warum die Vayne da noch kommt, verstehe ich nicht, aber... Ja, gut. Nö? Okay. Dark Harvest ist too strong. Ja, so ein Flash. Ähm. Nein, Vayne! Ach Gott, es gab Strasana gesaved, ey. Holy shit. Und zwar auf welche Art und Weise. Oh, oh. Ich hab keinen Suppress. Ich hab auch einen Stun, aber ich bin nicht so scharf drauf, den... Ja. Ja, bis tot. Warum nur, weil ich einen Stunt treffe, muss ich noch nicht dort reinspringen. Ach, Mann. Wir müssen ja wieder töten da oben, ne? Bis wir irgendwann so fett sind, dass der... Das nicht mehr kompensieren können. Hallo, lieber Urgott. Bin ich, glaube ich, zu langsam. Boah. Der hat keine Magieresistenz, der hat nur Leben. Ja. Das ist natürlich gegen uns beide mit Liandris schwierig dann. Der stirbt halt einfach nur. Mehr ist das nicht. Der ist Futter. Der ist pures Futter. Glaub mir, ein Kleiner hat's jetzt nicht aufgegeben. Oh, nein. Ich sterbe. Ich sterbe, weil ich dem blöden Jax helfen will. Ja, das ist scheiße. Jo. Ne. Sorry. Da verkauf ich dich. So, haben wir ein bisschen Vision hier gekriegt, wenn die zum Dragen wollen. Das wird das nächste Objective sein. Ich muss halt meine Ult zünden, damit ich die klein krieg, ne? Ja, der Jax hätte nur im Endeffekt einen Wardjump machen müssen. Der hieß aber auch ein bisschen, der ist, der ist komisch drauf. Der hat gerade Ult hat gemacht und Wayne gerechtsklickt, aber Wayne hat Ult hat gemacht und getappt wird. Es ist halt immer noch ein Fresh. Der macht aber jetzt den Baron in der Zeit. Der hat sich gelohnt. Der hat sich mal gesagt, dann hätte ich den Ward geplaced. Rapptippe, bohlinge. Es sind lack of anything clever to do, but fine, otherwise. Okay. So, why don't you train a new champ or something like that? Wir haben noch 20 Sekunden. Warum? Hä? Warum? Warum? Gehen wir jetzt hier raus? Wir könnten ja theoretisch jetzt Botlane gehen, dann Marshal's Partner. Ja, das ist doch das Einzige. Jetzt nicht mehr, jetzt ist es zu spät. Wir hätten aber Botlane gehen müssen eigentlich. Das war das Dumme, dass wir die längste Lane dazu benutzen und rauszupuschen. Au, 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 au. Stopp, 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 stopp. Oh, du bist so gut. Bitteschön. Danke. You are welcome, bro. Mein Gott. Äh, weißt du, wir haben keine Minions, ne? Wir müssen erst das hier nehmen. Äh, Lumidian-Tax. Ich hab den TP ready, um euch Minions zu sehen. Ich hab auch ein Ding hingestellt, tatsächlich, aber du kannst auch Minions nehmen, natürlich. Ja, okay, ich komm so. Ich mach da einfach fertig. Wuh, gewonnen. So, mein Nachbar ist hier. Schickt mir ein Bild von der Torte und ich sage, es sieht sehr, sehr toll aus. Und die hat heute schon mal von der, von der Tür geschaut. Stellt mir manchmal Essen vor, die Tür. Und ich so, nein, in der Hoffnung auf Torte. Und sie, ich hab dir ne Gurke mitgebracht. Ah, das musst du aber kriegen, hat tatsächlich, die anderen sind irgendwie komisch immer reingerannt. Ah, schön. Ja, danke. Ja, das war wieder ein A plus hier für mich.